Jack Krang und Hug Duvall Und weil man Jack Kunstflug hier auf der Hahnweide und da geht ein Traum von Hans Puskeiler in Erfüllung Er hat lange dran gearbeitet, dieses Mal hat's geklappt Die Patrouille Tranchant mit ihren CR-170 Fuga Magister Schön verdeutlicht durch Smokeöl, durch Parafil, das auf die heißen Schubdüsen aufgespritzt wird Und damit den Flugweg wunderbar verdeutlicht Stationiert in Rennes Diese beiden Fuga CM-170 Magister Schauen Sie mal Vier, sechs Meter Abstand bei etwa 650 bis 700 kmh Ganz toll in Treppenformation gehalten Hug Duvall Und Jack Krang Beide ausgestattet Mit diesen merkwürdig anmutenden Leitwagen Aufgrund der Ähnlichkeit zum Alphabet nennt man dieses Leitwerk in der momentanen Konfiguration in Horizontalfluglage V-Leitwerk Es signalisiert eben dieses Victory oder eben den Buchstaben V Jetzt direkt auf uns zu Ein Crossbox-Maneuver Genau, ich glaube ich muss nochmal zum Augenarzt Auf uns zu ist Jörg, wenn sie größer werden Das ist, hol uns weg Mit Zusammenhang malst du mir nachher nochmal auf, ja Dichte Formationen Die kommen auf uns zu Sie ist ganz deutlich Und Achtung Formationswechsel und somit aus einem V-Leitwerk Ein A-Leitwerk Hup Duvall Hup Duvall Und Jack Krang Spiegelflug Die Turbine kotzt nicht Nachdem die nach hinten ausstößt, pupst die Ja, ja Konnte kaum lachen vor lauter Kacken so dürstlich Entschuldigung Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich So, Full Attack jetzt nochmal Auf uns zu von uns wegfliegen Mit einem Linkskreis Und bis zu 750 kmh schnell Maximales Abfluggewicht von 3,6 Tonnen Momentan in der Kombination etwa 2,4 Tonnen schwer Und ein weiteres fantastisches Manöver Und ein weiteres fantastisches Manöver Und ein weiteres fantastisches Und ein weiteres fantastisches Manöver Ganz tolle Demonstration Dieser Fuggermagistrat Dieser Fuggermagistrat CM170 weiteres fantastischer Verbattung des Ölbuitöcher Und ein weiteres coordinierender Und ein weiteres Aber wir wollen, dass wir